Für Verwirrung sorgt mir wieder Karl Lauterbach. Immer hat er die Impfpflicht hochgehalten, hartnäckig verteidigt. Nur so beenden wir die Pandemie. Jetzt will er die Impfpflicht in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen auslaufen lassen. Das hat er seltsam begründet. Da schauen wir mal kurz rein. Es gab Protest, aber das war keine Grundlage für die Änderung. Es ist eine rein epidemiologische Überlegung. Die Impfung schützt nicht mehr vor der Ansteckung. Wenn sie nicht mehr vor der Ansteckung schützt, dann gibt es auch keinen Grund mehr in diesen Einrichtungen. Trotzdem bleibt es dabei, die Impfung schützt sehr gut. Moment, der Impfstoff schützt nicht gegen die Ansteckungen. Noch vor ein paar Wochen hat er zum Start der Impfkampagne gesagt. Die Impfung schütze vor der Ansteckung. Herr Hartmann, glauben Sie dem Gesundheitsminister noch?